Ein wunderschön kölnischer Abend aus Dortmund, Freunde. Willkommen zu einem neuen Video. Heute Rutschspiel im Champions-League-Viertelfinale gegen Atletico Madrid. Und ja, es ist Hinspiel gegen 2 zu 1 für Atletico Madrid aus in Madrid. Heute haben wir es gut zu machen. Heute haben wir zwei Jahre wir sind und ich habe Bock auf das Spiel. Mehr nicht. Ich habe Bock auf das Halbfinale. Wir haben alle Bock auf das Halbfinale. Alle Fans, alle Spieler, denke ich mal. Und ja, wir müssen heute gewinnen. Das ist ein Ergebnis, das wir offen geoffen können. Das müssen wir auch machen heute. Und ich würde sagen, wir sehen uns gleich hier im schönsten Stadion der Welt. Und ich tippe auf ein 2 zu 1 und dann gibt es die Verlängerung und dann sagen wir dann mit 1 zu 0. Dann haben wir 120 Minuten, Freunde. Ich würde sagen, wir sehen uns hier im Stadion. Lasst uns jetzt schon mal einen Abo und einen Like. Danke für Dirk und folgt uns auf Instagram, Freunde. Bis gleich. So, wir sind drin, Freunde. Let's go. So, wir machen jetzt nicht, Freunde. Es wurde drin, Freunde. WDR mediagroup GmbH im Auftrag des WDR 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 WDR It's it! It's it! Yeah! 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 Let's go! We're going to win! We're going to win! Tor with the number 1! Kro! And then we'll win Nico! We're going to win! We're going to win! And then we'll win! You're going to win! You're going to win! And then we'll win! And then we'll win! And then we'll win! And then we'll win! And supposed to win! And then we'll win! Next day, Jürgen! And then, Ventura back to bin! He goes! Yeah! At the age, mouth- cushy! At the age of 26- At the age of 25, Wir haben ihn zufrieden! Wir haben ihn zufrieden! Und sind jetzt noch schockt, wie kann ich es mehr. Und es geht los, es geht los. Alter! Alter, der muss der Mannschaft! Good job! Es ist so, es ist so, es ist so, es ist so, es ist so. Es ist so, 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 es ist so Ja, wir hören mal auf, Alter. Komm Ele! Los, los! UOL! 1, 2, 1, 2, 1. 3, 2, 1, 2, 1. 3, 2, 1, 2, 1 Ja, ja, ja! Oh, go, go, go! Das ist gut! Zollalala! 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 Freunde, fast eine geile Halbzeit. 2 zu 0 für Halbzeit. So müssen wir schon auf den Angelegenheit, aber noch ist nichts entschieden über weitere 50 Minuten. Das ist jetzt ein gutes Spiel. Wir sind jetzt zu 20 Minuten für gut mehr passiv und ich würde gerne weitergeben, Athletico ist auch gefällig. Aber die Welt haben wir vorgesprochen mit der ersten Hilfstraffin. Die sind nicht gute Aktion. Wir müssen die machen. Aber die Welt weiterhin, wie gesagt, machen wir noch einen Baum. Den Deckel drauf. Ja, wir haben zwei Malzenhalle. Die beiden Freunde, wir sehen uns gleich zur zweiten Halbzeit. Das ist das, was wir machen. Das ist ja nur sie. Hallo, Herr Räuble! Warum los, ey? Warum? Jetzt wird es richtig spannend sein. Für rechts schießt den Block, für rechts! Ja, weiter! Wir müssen aufpassen, ja. Ja, weiter! Ohhhh! Ja! Ja! Ja, ja! Vielen Dank. 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 Yeah.